Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Heute habe ich eine Herausforderung, die eigentlich einfacher ist, aber ich dachte, ich mache trotzdem vorsichtshalber mal ein Video. Und zwar muss man ein Heilobjekt herstellen. Da gibt es natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe sie noch nicht alle getestet. Aber eine recht günstige Möglichkeit ist, solltet ihr schon die Alchemistenwerkbank haben, könnt ihr die einmal anklicken und einmal Aloe Vera Blätter reintun. Und dann geht ihr hier oben auf Aloe Extrakt und stellt davon eins her. Dann habt ihr ein Heilobjekt hergestellt. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel diese Wundverbände. Die kann man auch hier drin herstellen. Da müsstet ihr Aloe Blätter haben und einmal Lederblätter, äh Lederblätter, einmal Leder haben, damit ihr dann diesen Wundverband herstellen könnt. Eine andere Möglichkeit und das werdet ihr schon von relativ früh zu Beginn vom Spiel machen können. Diese einfachen Verbände, das wäre das kostengünstigste und das eigentlich schnellste, was ihr machen könnt. Ich habe sie jetzt allerdings noch nicht getestet, müsste aber genauso funktionieren. Da braucht ihr dann nur die Pflanzenfaser für und dann könnt ihr dann hier einmal auf Herstellen klicken und dann habt ihr diese Verbände hergestellt. Bei mir wird es natürlich jetzt nicht mehr getriggert, weil ich habe die Herausforderungen ja gerade abgeschlossen. Ja, ich hoffe, euch konnte dieses kleine Video weiterhelfen und wenn ihr noch weitere Videos dazu sehen möchtet, zu anderen Themen von Battle Pass, dann schaut doch gerne mal in meine Liste rein, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Da findet ihr dann auch die komplette Playlist. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch weiterhelfen konnte. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.